Was kann man über den Surfclub Leonberg sagen? Eine wirklich sehr gute Frage. Mich überzeugt ganz klar die Kombination aus meinen Lieblingssportarten. Surfen, Skaten und Snowboarden. All Board Sports United. I think that says it all. Für mich sind die Surftrips immer mein Jahreshighlight. Einfach die europäische Atlantikküste mit tollen Menschen aus dem Verein genießen. Was kann es Schöneres geben? She's absolutely right. Always keep living the dream, boys and girls. Eigentlich dachte ich, der Schnee sei nichts für mich, aber durch die Ski- und Snowboardausfahrt wurde ich eines Besseren belehrt. Danke, Surfclub. All die schönen Aktionen und Veranstaltungen für Groß und Klein begeistern meine Familie und mich jedes Mal aufs Neue. Nach einem stressigen Arbeitstag gibt es für mich nichts Schöneres als eine gute Party und hier liefert der Surftwirt einfach jedes Mal ab. Sich achte, mich einen reinzuorgeln muss halt auch mal sein. Egal ob es die Endless Summer oder Welcome Winter Party war, nach unseren Analysen lag jedes Mal eine ausgezeichnete Stimmung vor. Eine super Community. Ich liebe Lagerfeuer. Aber natürlich wird nicht nur gefeiert. Unser wöchentlicher Rollbrettkurs für Kinder und das Fitnesstraining sorgen dafür, dass Körper und Geist im Einklang bleiben. Unter der Woche Yoga und am Wochenende in den Schwarzwald die Natur genießen. Was kann es Schöneres geben, als die Longboards auszupacken und die Straßen hinunter zu cruisen? Besonders die Contests machen immer eine Mordslaune. Mega fette Stimmung, Duftemusik und Kickflips. So macht Leonberg Spaß. An dieser Stelle möchte ich unser Catering positiv erwähnen. Beste Qualität und immer frisch zubereitet. Auch handwerklich hat der Verein schon einiges auf die Beine gestellt, mein lieber Scholli. Der Auf- und Abbau hat immer problemlos geklappt. Mein Kompliment. Ich habe das erste Mal im Kino vom Surfclub gehört und war direkt begeistert. Als Social Media Expertin hat mich der Content mehr als überzeugt. Ich empfehle direkt zu folgen. Um es in einem Wort zu sagen, ein toller Verein, der immer ordentlich progressiven Druck gibt. Keep living the dream or contact us if you have any questions. Surfclub Lionberg, All Boardsports United. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Vielen Dank.